Und jetzt bitte ich nochmal alle Slammerinnen und Slammer auf die Bühne. Noch Platz, Diego, komm. Vielleicht. Ich bin ja echt alle so schräg hinstellt. Ja, herzlichen Dank. Also super, hat super viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, auch wenn ihr es nicht ins Finale geschafft habt, es hat ein super buntes Programm ergeben. Lustige Texte, traurige Texte und schnell, langsam war alles dabei. Vielen Dank dafür. Und ihr bekommt alle was, nämlich unsere Blumenmädchen und Büchermädchen, Andy und Jana. Werden euch jetzt beglücken mit eben Blumen und Bücher. Ja, das ist zum einen von Joachim Ringelnatz. Ich bin so knallvergnügt erwacht. Die besten Gedichte für ihn. Du darfst die Bücher, aber ich werde teilen. Ja. Und der Prozess von Kafka. Ja, und ganz persönlich bedanken möchte ich mich vor allen Dingen bei Benjamin, André und Max, weil sie mir die Gelegenheit gegeben haben, auf den Gong zu hauen. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr eure Blumenmädchen habt, dann bitte ich mal die vier Finalisten nach vorne. Einen Schritt nach vorne zu treten. Tretet mal nach vorne. Ich würde euch gerne noch mal... Bielefeld, wer nach Bielefeld fährt, zur deutschsprachigen Meisterschaft. André, was Bielefeld, was weißt du eigentlich schon über Bielefeld? Bielefeld hat 323.000 Einwohner, das ist gespiegelt. Und daher zu beiden Seiten die 23. Ich habe mich vor kurzem mit Bielefeld beschäftigt. Die Presse der Bielefeller Gemeindeverwaltung ist der Burg bei 23. Und die Kennziffer der Identität der Stadt ist halt auch 23 als Quersumme. Und da ist der Eingang zur Landes. Aha. Ja, Respekt. Denn, ähm... Thomas, ähm, ja, Poetisland, du hast es ins Finale geschafft. Du hast natürlich schon vorher mit den Gedanken gespielt, wie natürlich alle. Bereitet man sich da taktisch irgendwie drauf vor? So, gibt es da eine Slender-Taktik? Ähm, heute? Nicht. Ich dachte vielleicht, einen schwachen Text, einen guten Text oder mache ich sowas da? Wir haben keine schwachen Texte. Und, äh, Diego, ja, so als Slammer, wo nimmt man da seine Ideen her? Was sind das alles? Wo kommt das her? Ähm, aus Top, Herz und Hand. Ja, Top, Herz und Hand, okay. Und, äh, Tim, als Slammer, viele Kurzgeschichten, ich stehe genau vor dir, ist voll blöd. Also, man schreibt ja als Slammer immer viele Kurzgeschichten, man steht unter Zeitdruck, aber, ist das nicht der große Traum, auch mal ein eigenes Buch zu schreiben? Nee. Okay, ja. Vielen Dank für die Redenantworten. Ihr habt ja auch wirklich heute genug erzählt, heute. Jetzt kommen wir zur großen Entscheidung. Wer das Großmaul gewinnt, wer die erste Liedelburg-Vorpommern-Landesmeisterschaft-Polzischlärm gewinnt, wer nach Bielefeld fährt, wer das Preisgeld einleitet. Und, wir fangen mal an, Nummer 4, den 4. Platz belegt hat, Thomas Linke. Applaus Wir haben hier bestens vorbereitet. Platz 3, und damit ein Preisgeld von 50 Euro, diese tolle Urkunde, geht an André Marschke. Applaus Platz 2, eben auch eine tolle Urkunde und Preisgeld von 100 Euro, geht an... Platz 2, eben auch gleich, wer der erste Quote ist, ne? Platz 2, geht an Tim Goller. Applaus Und erster, geboren, Landesmeister, unter Bielefeld, Bielefeld. Applaus Und erster, geboren, bis zum nächsten Mal. Ich bin ja, der erste Quote ist, ne? Ich bin ja mit mir hier, der erste Quote ist, ne? Ich bin ja mit mir, der erste Quote ist, ne? Ich bin ja mit mir, der erste Quote ist, ne? Ich würde jetzt gerne was super Intelligentes sagen, so als Poetry Slam Gewinner muss man ja bestimmt was super Intelligentes sagen, aber ich bin irgendwie ein bisschen Bach von Danke. Ich glaube, Diego wird unser schönes Bundesland wirklich vertreten in Bielefeld. Wirst du neue Texte noch schreiben oder bist du alte Texte, weißt du das schon? Ich mache ein Best-off aus einem Slam-Text von heute. Also, fahrt hinten nach Bielefeld, unterstützt Diego. Ich sage auf Wiedersehen, Danke an Diego, Danke an Giselle Keul, Fakultiergang, auf Wiedersehen.